Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report-Livestream. Heute mit dem Thema Ausbruch bei Gold jederzeit möglich. Disclaimer. Ausbruch bei Gold jederzeit und jeden Tag möglich. Natürlich, so sehen es die Statisten oder einige, es handelt sich vermutlich um einen bullischen Keil von Gold, der massiv ausbrechen könnte. Das ist in der Vergangenheit schon oft passiert, sage ich mal, gerade solche Abverkaufswelle hat dann dazu geführt, dass es dann ein Niveau höher geht. Und ich meine, wir sind in einem Bullenmarkt, das könnte also bevorstehen, da darf man sich nicht wundern. Es wird einfach viel Geld in die Hand genommen, um alle Leute rauszuschütteln. Dann muss im Grunde genommen, diese Spekulanten müssen sich dann gegen den allgemeinen Trend machen. Das führt dann zu einer Eruption, die dann höher hinausgeht. Also das ist gut möglich. Vorhersagen kann man das natürlich nicht. Das ist nur so eine Vermutung aufgrund der alten Beachtung von diesen Keilen. Ja, Zink, Kupfer, Gold und Projektgenerator auf Fidji. Hohes Risiko. Die haben im Wesentlichen vier Projekte, zwei Goldprojekte, ansonsten auch viel Zink, Kupfer. Das Korokario-Projekt weist erst lang eines 15 Kilometer aussichtsreichen Boden auf, einschließlich acht zusätzlich unerfährte Stationen für Zink, Kupfer, Vulkan, Massiv, Sulfid, Lagerstätten, VMS. Das Konzessionsgebiet umfasst 136 Quadratkilometer, einige alte Bohrergebnisse, 12% Zink, 1,8% Kupfer, 25% Gramm pro Tonne Silber. Also relativ viel Zink ist dabei, gute Kupferwerte, niedriggradige Silber. Dann haben sie das Liva-Gold-Silber-Projekt umfasst vier hochgradige Goldverkommen, die entlang eines etwa drei Kilometer langen von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Strukturkorridors identifiziert wurden. Das Liva-Grundstück befindet sich im südlichen Teil der größten Insel Fidjis, Viti-Lewo, und liegt etwa 50 Kilometer sürestlich von Nadi. Liva ist Teil eines 148 Quadratkilometer großen Grundstück, das 50 Kilometer südlich der Goldmine Vatu-Cola liegt, die sieben Millionen Unzen produziert hat. Das ist mehr oder weniger die berühmteste Mine auf Fidji. Bohrheilites, sehr hohe Bohrergebnisse, 42 Gramm pro Tonne Gold und auch ein Bohrloch mit 1205 Gramm pro Tonne Silber. Also da ist ein ganz schönes Potenzial auch noch auf diesen Projekten und das ist im Prinzip auch noch gar nicht weiter angegangen. Wir gehen nochmal einen Blick auf den Chart, die ist aktuell auch gerade ausgebrochen. Wie gesagt, es hängt einfach damit zusammen, dass sie eben diese attraktiven Projekte haben, sehr hochgradiges Zink etc., dass wenn der Markt besser ist, wird das mit einmal schlagartig bewertet. Das war eigentlich auch hier von der Corona-Krise an, stieg dann hier quasi von 0,025 Cent auf 0,2 fast. Und dann hat es mehr oder weniger die Gewinne wieder abgegeben, aber wir haben ein höheres Hoch, bricht aktuell aus. Also ich denke mal, die Dynamik ist hoch, dass, sag ich mal, das alte Hoch in den nächsten Wochen oder Monaten dann erreicht werden könnte. Und wenn es dann natürlich zu einer richtigen Rohstoffgold-Mania, also richtigen Anstieg, also Goldaktienanstieg kommt, dann sind natürlich noch ganz andere Bewertungen möglich. Ein Dollar und darüber hinaus zwei, drei werden wir sehen, wie hoch das dann geht. Ja, dann noch das Kupfer-Gold-Vorkommen Rama. Rama ist ein großes, niedriggradiges Kupfer-Gold-Vorkommen. Rama befindet sich im südlichen Teil der größten Insel Fidschi, Svitilewu, und liegt etwa 50 Kilometer östsüdlich von Nadi. Das Rama-Projekt ist Teil eines 148 Quadratkilometer großen Grundstückes, das 40 Kilometer westlich von Newcrest massiven Kupfer-Gold-Proferie Namosi liegt. Das gemeinsam mit dem Joint Venture-Partner Mitsubishi erschlossen wird und über nachgewiesen unwahrscheinliche Reserven von 1,3 Milliarden Tonnen, 0,37 Gramm Kupfer und 0,12 Gramm Kupfer-Gold, 5,2 Millionen Unst, natürlich Logret-Bike-Produkt und 4,9 Millionen Tonnen Kupfer verfügt. Dann haben Sie noch das Narko-Zink-Kupfer-Vorkommen. Es weist Kupfer und Zink ab schnell aus historischen Bohrungen mit vorher kurz entdeckten Oberflächenausprägungen sowie in einer tiefen und entdenkten Streichen offenen Mineralisierung aus. Das Grundstück liegt innerhalb eines 8 Kilometer langen, noch nicht erproben geologischen Horizonts, der durch die Interpretation der regionalen Magnetik hervorgehobene Narkoro. Narkoro befindet sich in derselben geologischen Einheit wie das äußerst vielversprechende V&S-Projekt Kuru-Kaju. Auch hier wieder das Narkoro-Prospekt ist Teil eines 148 Kilometer großen Grundstücks, das 50 Kilometer südlich der schon erwähnten Goldmine Watukolo liegt, die 7 Millionen Unzen Gold produziert hat. Also die haben sehr interessante Gebiete, sehr große Gebiete und das in der Nähe eines realen, profitablen Goldabbaus, wo es auch eben diese Infrastruktur gibt, die die auch dann nutzen können. Ja, generell unsere Philosophie, es gab zwischen 1970 und 1980 einen extremen Goldaktien-Mania, es sind einige Aktien damals von 15 oder 20 Cent, weit irgendwo auf 15, 15, 20 und mehr Dollar gestiegen. Das heißt, es kam gar nicht so selten vor, dass aus 1000 Dollar die Leute 50, 100, 200.000 in einigen Fällen eine Viertelmillion machen können. Das kann passieren in Phasen eines wirklichen Goldbooms. Momentan haben wir alles andere als einen Goldboom, völlig zerstörter Markt, ganz unten sehr negative Stimmung, was aber eben diese günstigen Einkaufspreise macht. Und wenn Sie sich jetzt einfach mal vorstellen, wir haben jetzt einfach eine Situation, Gold steigt 2.300, 2.500. Jeden Tag wird überrichtet, Inflation ist ein noch viel größeres Thema als heute. Und bei diesen steigenden Platzen können Sie sich ja vorstellen, wo diese Penny-Stocks dann stehen können. Und deswegen ist es einfach ratsam, Penny-Stocks mit wirklich großen Ressourcen beispielsweise zu kaufen. Oder irgendwie zumindest ein Superlativ, das der Markt in dem Boom dann bewerten kann. Einfach in der Hoffnung, dass diese Penny-Stocks sich ähnlich entwickeln wie in den 1970er, 1980er Jahren. Wobei wir natürlich nicht davon ausgehen, dass wir genau das treffen, aber dass zumindest gewisse Ähnlichkeiten es geben kann. Also wie gesagt, wir sind natürlich schon zufrieden, wenn es auf alle Fälle auf 1 Dollar geht. Aber mit Sicherheit geht es höher, 2, 3, 4, 5 von, sag ich mal, ressourcereichen Penny-Stocks. Vielleicht auch einige höher, was dann, sag ich mal, diesen alten Entwicklungen schon ein bisschen ähneln könnte. Also das denke ich mal, das liegt bevor, gerade auch, weil wir eben so günstig sind. Ja, nochmal 1.000 Weckerebundel, versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderatem, hohem und sehr hohem Risiko zu rechnen. Dann haben wir eine Exit-Strategie noch entwickelt, also was kauft man, wenn dieser Gold-Boom vorbei ist. Ja, Einladung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft ist einfach ein Unternehmen, das steht einfach für eine schnelle, professionelle und günstige Abwicklung. Also sie überweisen die Summe, es gibt kein Mindestinvestment auf dieses Konto, schreiben, was gekauft wird rein in die Betreffzeile und schon wird es automatisch, äh, ihren Metallkonto gutgeschrieben in der Schweiz. Genauso unkompliziert ist das Verkaufen. Der Vorteil ist, wenn, äh, Gold und Silber, sag ich mal, bei den Händlern nicht mehr so leicht zu kriegen, dass sie lange anstehen müssen und so, ähm, hier wurde mir, ähm, von der Geschäftsführer versichert, dass sie auch in jeder Situation immer an physische Ware gekommen sind und es wird damit auch geworben. Ähm, sicherlich macht das Sinn, äh, das bei der Hand zu haben. Wenn, 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 wenn man die Goldaktien gewinnt, beispielsweise, ähm, zum Beispiel in Gold und Silber, in mehr Gold und Silber, ähm, tauschen will. Immer erst, Pipeleiste gleich, klar, gold.de, Vergleichsportal, es gibt einfach Händler, die nehmen viel mehr Geld, es macht keinen Sinn da, mehr Geld auszugeben. Ähm, weitere Informationen hier, mit welchem Broker können sie in der EU arbeiten, welchem Broker in der Schweiz, ähm, weitere Informationen über die Chart, Informationsquellen, hier auch eine Info zu uns, äh, zum, äh, Diskussionsforum, wo jede Mine im Englischsprachenwelt diskutiert wird, CO, CA, das ist vielleicht ganz interessant, und weitere, äh, Videos zu, äh, verschiedener Spezialisten, ähm, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zum Druck, Paul, zur Philosophie, wie auch immer, einfach mich kontaktieren, äh, anrufen, ich rufe Sie dann spätestens abends zurück. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, ähm, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Thema, äh, soweit gefallen hat, ähm, ja, also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle.